Willkommen zu Frequent Charity, heute wieder eine frisch gepresste Folge für euch am Heiligen Sonntag. Ein Thema ist United Airlines, die eine Notlandung machen müssen, weil die ein Level 3 Bedrohung hatten. Gehen wir mal durch, was es für Bedrohungen gibt und warum dieser Flieger eine Emergency Landing oder eine Landung machen musste. Weiter haben wir als Themen American Airlines und Spirit Streichenflüge, weil man hat ein Flugzeug gefunden, was beschossen worden ist. Auch wieder eine spannende Geschichte. Fluggesellschaften müssen Daten an die Behörden mitteilen, auch in Europa jetzt quasi. Besprechen wir auch, welche Daten das sind. Wir gehen dann weiter zum ruhigsten Ort am Flughafen, Flughafengeheimnisse. Das war lustig, ich hatte heute einen Call, nee gestern hatte ich einen Call, Entschuldigung, zu dem Thema. Und da war es so, dass der Kollege gesagt hat, du, ich gehe nicht in die Lounge, das ist mir zu laut. Er hat einen ruhigeren Ort. Weiter haben wir dann die Swiss, die bekommen neue Amenity Kits in der First Class. Gebe ich euch auch ein paar Bilder auf die Augen. Und als letztes Thema MGM Las Vegas ist quasi konvertiert von Hyatt, macht mich traurig, zu Bonvoy. Macht mich weniger traurig, weil ich ja bei Bonvoy auch einen Titanium-Status habe. Ihr könnt mich glücklich machen, wenn ihr den Kanal abonniert, den Glocke anmacht, ein Like da lasst, kommentiert. Aber auch ganz, ganz wichtig, vielleicht, ja, Kanalmitgliedschaft, das wäre immer wieder beliebt. Und Stammtische, wir haben ja jetzt den Tallinn-Stammtisch, der kommt, lecker Steak essen und über Themen reden. Und an den Kollegen noch von gestern in Bezug auf Kreditkarte, Merit Bonvoy hat eine Aktion, also nur so als Hinweis. Es gibt jetzt viele, viele Punkte, wenn man Merit Bonvoy-Kreditkarte holt, neben dem Platin-Status. Erstes Thema, was wir haben, ist United Airlines. Die hatten eine Level-3-Begegnung, um es mal so zu sagen. Und Level-3 ist eine Bedrohung. Man hat Bedrohungen, die man so in gewisse Level macht. Jede Fluggesellschaft hat da andere. Und eine Level-3-Bedrohung ist auch mit Schusswaffe, beziehungsweise lebensbedrohend. Ja, und das ist dann halt mit einer Schusswaffe oder einfach mit einem dummen Spruch. Das kann ja dann auch ein Problem sein. Und deshalb ist das Flugzeug dann gelandet. Und zwar war es der Flug 883 von London Heathrow. Der ist dann mit der Boeing 767, wird der Flug ausgeführt, sind fast die Hälfte des Fluges geflogen. Und haben dann gesagt, sie möchten das Flugzeug landen und mit einer Polizeipräsenz begrüßt werden. Was war passiert? Und zwar ist das so, dass man dort dann diverted ist. In einem amerikanischen Flughafen haben die auch geschrieben. In welchen? Leider nein. Und da ist es dann so, dass sie dann in Amerika geflogen sind, weil vielleicht die Strafen in Amerika härter sind als in Kanada. Aber auch ein Grund, es kann natürlich sein, dass es in den United war, dass sie gesagt haben, als sie nach Newark geflogen sind übrigens, dass sie in Amerika dann zu Hause schon sind. Weniger Stress für die Fluggesellschaft und so weiter und so fort. Alles mit reingespielt. Wer wissen will, was verschiedene Bedrohungslagen sind, ist es so, dass man Level 1 hat. Das ist einfach nur verbale Attacken und Leute, die halt sich nicht zurückhalten können. Oder wenn man das so schön sagt, eine verbale Diarrhea oder eine, ja, quasi eine verbale Inkontinenz. Dann gibt es den Level 2. Das haben die leider nicht gesagt, was es ist, aber ich habe da mal ein bisschen was für euch gegoogelt. Und zwar ist das so, dass die Department of Homeland Security haben da sowas gemacht. Und ich schätze mal, dass man sich als amerikanische Fluggesellschaft da so ein bisschen dran hält. Die sagen, dass eine Level 1 Geschichte etwas ist, was ein Low Threat ist. Also eine niedrige Bedrohung. Dann 2 ist eine moderate Bedrohung. 3 ist eine etwas ernsthaftere Bedrohung. Und 4 ist wirklich eine kritische Bedrohung, wo es dann wirklich um die Wurst geht. Und da ist es halt so, dass man da halt wirklich diese verschiedenen Level hat. Es gibt auch Fluggesellschaften, die haben dort verschiedene Level. Level 1 ist Flugbegleiterin, sagt einem, du, 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 wenn du das nicht machst, gibt Fresse. Also quasi eine verbale Verarztung. Dann ein Level 2 wäre zum Beispiel eine schriftliche Verwarnung aus dem Cockpit. Und bei 3 ist es so, dass die Polizei einen empfängt. So ist es bei einer europäischen Fluggesellschaft. Name darf ich leider nicht nennen. Wichtig an dieser Stelle ist halt zu wissen, dass das Konsequenzen hat. Vielleicht nicht immer unbedingt rechtliche Konsequenzen. Aber es gibt halt auch Leute, die werden von Fluggesellschaften gebannt. Also das heißt, dass der Kollege, der diese Notlandung da oder Sicherheitslandung oder wie auch immer man das betiteln möchte, veranstaltet hat, der wird zumindest dafür zur Rechenschaft gezogen, was die Bude gekostet hat. Und vielleicht auch bei der Fluggesellschaft gesperrt werden. Heißt also kein Spaß mehr auf Flügen und kein Dummschnack. Also nur so als Hinweis. Also ihr könnt ja kommentieren, was ihr davon haltet. Wir haben dann American Airlines, auch wieder eine amerikanische Fluggesellschaft. Die haben Flüge gestrichen, genau wie Spirit Airlines das getan hat. Und zwar sind das Flüge gewesen, die sind nach dem Auffinden eines Lochs im Rumpf. Hier habt ihr das Bild. Warte, ich mache euch das mal groß. Das ist ein Einschuss. Das ist ein Einschussloch. Und zwar ist das ein Sky-Kana-Flug, wurde von einer Patrone getroffen, während der Landung in Port-au-Prince-Tousin-Louverture-International-Airport in PAP. Für alle, die nicht wissen, wie das ist. Und das ist ein Flugzeug gewesen, ein Airbus A321 mit der Registrierung 9 Hotel Alpha Mike India. Und das war am 29. Februar passiert, dass man da in dieses Flugzeug in die Hülle reingeschossen hat. Ist natürlich ein Thema. Es gibt da auch ein Video zu, wie man dieses Loch da gefunden hat und so weiter, um das Ganze zu begehen. Aber es ist so, dass Spirit Airlines und American Airlines gesagt haben, aufgrund des zivilen Ungehorsams oder Unrest, wie es im Englischen heißt, fliegt man da nicht weiter hin. Das ist zu gefährlich. Und wenn wir von Beirut wissen, ich weiß gar nicht, waren es 10 Flugzeuge pro Jahr, die auch beschossen werden, ist das eher eine Geschichte, die vielleicht absichtlich war. In Beirut passiert das ja, weil die in die Luft schießen bei Hochzeiten oder bei irgendwelchen Freundinnenereignissen, Geburt, Kind und so weiter. Da ist halt so ein bisschen Stress in der Bude. Gott sei Dank ist da keiner getroffen worden. Auch hier könnt ihr ja mal schreiben, ob ihr so etwas erlebt habt. Bin ich mal gespannt. Ich habe es Gott sei Dank noch nicht erlebt. Da bin ich Gott sei Dank befreit von. Wovon wir nicht befreit sind, das ist das Thema, dass wir mehr Daten von uns preisgeben wollen und müssen. Wollen weiß ich nicht, aber müssen. Und zwar könnte man jetzt natürlich gemein sein, wenn das Produkt nichts kostet, dann seid ihr das Produkt oder dann sind wir das Produkt, wie bei Google oder so weiter. Da geben wir Google ja auch unsere Daten, wenn wir etwas suchen, wenn wir irgendwo hingehen. Also das sind alles Daten, die wir Google geben oder ein Beispiel auch bei Google Maps, wenn ihr seht, bei Verkehr oder so was, wie ihr seht, ob der Verkehr da betroffen ist oder ob es Stau gibt und so weiter. Das sind unsere Daten, die die nehmen. Und da ist so, also im Prinzip wird das Telefon dann genommen und wird geguckt, wie schnell fährt man. Dann wird über mehrere Autos geguckt, weil die haben ja mehrere Leute und dann können ja gucken, ah, okay, alles klar, der Verkehr ist da gestaut. Da gibt es eine Bewegung zwischen zwei Metern pro Stunde oder so was. Oder normalerweise, wenn 100 kmh ist, macht jemand da halt 100 Kilometer in einer Stunde. Daher weiß man dann, dass es Stau ist oder wenn es gelb ist, dass es da zumindest zu Behinderung kommt, wenn es weniger Geschwindigkeit gibt. Jetzt ist es aber so, dass die EU-Regierung gesagt hat, also die Regierung ist das EU, EU-Parlament zumindest, gesagt hat, er möchte mehr Daten aus den Fluggesellschaften rausbekommen, so wie es ja in den USA auch ist. Mein E-Star zum Beispiel muss ich verlängern, habe aber auch Global Entry. Da habe ich also im Prinzip einmal dem zugestimmt, dass man mich einmal durchscreent. So ist das so, dass man jetzt in der EU im Kampf gegen den Terrorismus diese Daten geben muss. Und zwar ist das so, dass man schwere Kriminalität damit bekämpfen möchte. Deshalb hat man uns ja auch den 500-Euro-Schein weggenommen, weil das natürlich zur Geldwäsche benutzt wird. Heißt also, Unterhändler im Europaparlament und EU-Staaten einigten sich jetzt gestern oder vorgestern war ja Freitag darauf, dass man die neuen Vorgaben in Brüssel macht, was man an Daten gibt. Also es sind die sogenannten erweiterten Fluggastdaten. Diese erhalten zum Beispiel den Namen, euer Geburtsdatum, dann Staatsangehörigkeit, interessanterweise auch Reisepassdaten, so wie natürlich die grundlegenden Fluginformationen heißt, welches Flugzeug, wann, wo, Abflug und so weiter. In den USA wird ja auch zum Beispiel mitgeteilt, mit welcher Kreditkarte gezahlt wurde. In den USA wird mitgeteilt, ist das ein One-Way-Ticket oder auch bar bezahlt worden. Das muss ja nicht mit der Kreditkarte sein. Und wenn ihr diese 4S bekommt, das heißt also, wenn man euch zu einer gesonderten Kontrolle so zieht, die eigentlich gar nicht so dramatisch ist, ich habe das mehrfach über mich ergehen lassen. Im Prinzip wird dein Handgepäck nur nochmal angeguckt, du wirst nochmal befragt. Einmal wurde man nochmal komplett anders kontrolliert mit Sonde und so weiter, ob man nicht irgendwas Verbotenes mit hat. Ansonsten easy, smooth, respektvoll. Es ist ja so, dass man diese 4S bekommen kann, wenn man zum Beispiel One-Way hat, eine hohe Ticket-Kategorie, also nah beim Cockpit ist in der First Class oder Business Class, je nachdem, was die vorderen Kabine sind. Das sind so Indikatoren, wo man dann von ausgeht, das könnte ein Terrorist sein. Und in der EU will man das ähnlich machen und da ist es halt so, dass man vor dem Abflug den Behörden halt am Abflug und am Ankunft die Daten der Passagiere mitteilen muss, damit man dann auch mit anderen Daten das Ganze nochmal crosschecken kann und gucken kann, ob man da irgendwelche Sachen findet, wo man sagt, da guckst du nochmal genau drauf, ob der Kollege nicht irgendwie was ist. Und die gefährlichen Passagiere, die man damit entdecken möchte, hoffe ich, dass man damit auch findet. Die Daten sollen ansonsten nur 48 Stunden gespeichert werden und es sind nur Flüge betroffen, die außerhalb der Europäischen Union starten, also betroffen Flüge, Europäische Union, so ist richtig. Wichtig ist aber, Mitgliedstaaten können aber auch beschließen, dass sie andere Daten haben wollen. Und dazu muss man natürlich sagen, dass man natürlich das Ganze bestätigen muss im Europaparlament und die einzelnen Regierungen, heißt also, es muss im Deutschen Bundestag verabschiedet werden, für das Land umgesetzt werden und so weiter und so fort, also dauert noch ein bisschen. Aber im Regelfall sind wir bei solchen Sachen relativ fix. Und da haben wir auch die Frage des Tages zu und zwar, sollen die Daten an die Behörden mitgeteilt werden? Seht ihr das als problematisch an? Und vor allem, welche Daten sollen vielleicht nicht mitgeteilt werden? Macht die Staatsangehörigkeit irgendwie einen Unterschied, ob ich einen deutschen Pass habe, ob ich einen schwedischen Pass habe, ob ich einen UAE-Pass habe, ob ich einen aus Mosambik oder wo auch immer habe? Da bin ich mal gespannt, wie eure Sicht der Dinge ist und wie ihr das Thema dann aus eurer Sicht angehen wollt. Ton stimmt immer noch? Habe ich da noch Ton? Ja, Ton läuft. Ich gucke einfach nur nach. Aber man will es ja sicherstellen. Wir haben jetzt noch ein Thema, was Flughafengeheimnisse. Und es gibt ja viele Flughäfen, die haben Geheimnisse. Viele von euch sagen, ja, so ein Geheimnis ist ein Raucherzimmer, weil viele Raucher nicht mehr da in den Flughäfen ihre heiligen Hallen finden. Aber viele Lounges sind ja auch irgendwie Insider-Sachen, weil wenn man zum Beispiel wissen möchte, hey, in welchem Flughafen gehe ich in welche Lounge? In den USA gehe ich zum Beispiel, wenn ich mit Fin Air fliege, gehe ich dann zum Beispiel in die American Express Lounge. Ja. Oder ich gehe in die Qantas Lounge, wo es dann auch zum Beispiel a la carte Essen gibt. Aufgrund meines Emerald-Status. Ich gehe dann nicht in die One-World-Lounge. Nur als Hinweis. Also da gibt es verschiedenste Möglichkeiten, wie man in Lounges kommt. Aber es gibt einen Ort, der noch ruhiger ist. Ja. Bevor wir da hingehen, gehen wir nochmal weiter und gucken mal, ähm, Kapelle. Ich weiß nicht. Ist euch das aufgefallen, selbst in Tallinn oder in Helsing am Flughafen, da gibt es Kapellen. Also das sind dann entweder Gebetsräume oder halt wirklich richtige Kapellen. Mit Gottesdiensten gab es die früher. Heute nicht mehr so. Heute ist man ja mehr so in dem Bereich der Interreligiosität, dass das eher so, ähm, wie heißt das jetzt fast gesagt, ökologische Gottesdienste sind. Das sind ökumenische Gottesdienste, glaube ich, ist der Fachbegriff. Und, ähm, dass das für alle Religionszugehörigkeiten gibt. Und nicht mehr so, wie es 1950 war, als am Boston Logan Airport der Archbischof, also der, äh, Kardinal, glaube ich, ist das, ähm, Richard J. Krussing gesagt hat, Our Lady of the Airways. Das war eine katholische Kirche. Ähm, damit hat man auch gesehen, dass das direkt nach Religionszugehörigkeit geht, also quasi nach, äh, Kasten. Und, äh, damit ihr dann halt wisst, wo er hingeht. Aber es sind halt Leute, die ruhig sind. Und in dem, äh, Gespräch, weil ich hatte, sagt er, er geht da gerne rein, weil es einfach ruhig ist. Und ja, das muss ich sagen, das ist eigentlich eine clevere Idee, weil wenn man in so eine Kapelle reingeht, da werden die Leute ja nicht labern. Da wird ja auch keiner Telefongespräch machen, weil das alles ja dann unhöflich ist, wie in der Lounge. Und man braucht kein Zugangsberechtig. Das heißt also, Status ist da relativ egal. Wenn ihr das auch so seht, bin ich mal gespannt, ähm, ob ihr dann auch so etwas wie Our Lady of the Skies haben wollt. Eine der, ähm, ich finde den Namen einfach geil für unsere Viehflieger. Und, äh, was man daraus machen kann. Ihr könnt da ja zu schreiben und, ähm, mal sehen, ob, was ihr dazu denkt, ob so eine Flughafenkapelle oder so ein Gebetsraum ein Ort der Besinnlichkeit ist, wenn man sich da einfach hinsetzt und mit dem Notebook was tippt und Internet hat. Vielleicht eine Möglichkeit, um dann ruhig zu sein, weil viele Leute sind ja auch, ähm, darüber unhappy. Ich hab jetzt auf Facebook, hatte ich ja auch jemanden gehabt, der hat gesagt, dass das wäre, äh, was war das? Welche Fluggesellschaft war das? War es Lufthansa? Ich weiß nicht mehr, welche Fluggesellschaft war. Er hatte geschrieben, dass er trotz Noise-Cancelling-Headsets, ähm, da Probleme hatte. Auch bei der Bahn hat jemand Probleme mit Noise-Cancelling-Headsets. Trotzdem das ausblenden. Ich hab Gott sei Dank da kein Problem. Ich kann einfach mit meinen Noise-Cancelling-Headsets diese Umgebung dann ausschalten und kann dann relativ gut entweder arbeiten oder einfach abschalten, indem ich was schaue oder einfach vor mich hinschnarchen. Whatever. Also insofern bin ich mal, äh, gespannt, wie ihr das seht und ob ihr so eine Kapelle als, äh, coolen Ort der Besinnlichkeit empfindet. Kommentiert? Also, macht mal. Wir haben jetzt noch zwei Themen und das Thema ist natürlich jetzt fast wichtiger als so ein, ein katholischer Tempel. Das ist die First Class der Swiss. Die bekommen eine überarbeitete, überarbeitete, ttttttt-Version von den, ähm, First Class Amenity Kits. Da gebe ich euch mal direkt was aufs Auge. Da seht ihr das auch schon direkt. Das ist jetzt, ähm, Pyjama von Simmerly in einem neuen Design. Und es gibt auch dann dieses Ganze, äh, als iPad-Hülle. Ja, ihr könnt da, wenn ihr Glück habt, gibt es da dann, äh, auch ein, ein Amenity Kit als iPad-Hülle. Ihr seht das, glaube ich, hier am, ähm, ähm, auf dem, ähm, äh, wo die Tasche draufsteht. Ähm, das ist die iPad-Hülle. Oder ihr seht halt, was der Inhalt ist, ähm, bei der, ähm, bei der Amenity Kit. Das heißt also, die Augenblende, Creme, wahrscheinlich ist das. Ähm, und dann geht das weiter mit, ähm, natürlich mit Socken, Zahnpasta, Ohrstöpsel und ein Schuhlöffel. Oder, wenn ihr sagt, wo sind die Pocheletten, die sind in dieser Variante drin, da sind die Pocheletten. Und die Swiss selber sagt, dass die Swiss jetzt ihren First Class Passagieren, ähm, eine ganze Reihe neuer Amenity Kits anbietet, von April angefangen, zusammen mit dem Luxury Fashion Brand Zimmerli of Switzerland, ähm, die dann diese Sachen bringen. Und, ähm, es wird auch verschiedene Modelle geben, ähm, mit zwei klassischen Designs. Also, da gibt es dann Neuigkeiten. Und ihr seht ja auch das Farbschema. Ja, das war so Bordeaux, Schwarz, Beige. Und das ist ja auch das, was es in der neuen First Class, in der Census gibt. Heißt also, das ist die neue Farbensprache. Und natürlich wird es die Pyjamas geben, die aus Finest Certified Cotton sind. Die wird es in den Größen S bis XL geben. Also, S, M, L oder XL. Und, ähm, gibt es dann zusammen noch Slippers. Und, ähm, sind auch in den Größen M oder L erhältlich. Ich persönlich bin ja kein großer Freund von diesen, äh, Slippern, weil bei meiner Schuhgröße mit, äh, 47 oder 48, da passe ich dann nicht mehr rein. Ähm, auch diese Hotelschlappen One Size Fits All macht einen ja auch nicht happy. Aber ich habe da ja immer eigenes Schuhwerk. Also, insofern ist das kein Problem. Ihr merkt aber schon, dass man, ähm, auch wenn man Rohnersocken einbaut und so weiter, dass es jetzt doch mehr Individualisierung gibt bei den, ähm, Amenity Kits. Bin mal gespannt, wie ihr diese Sache aufnehmt und wie ihr sie findet. Könnt ihr ja auch unten kommentieren, inwieweit ihr das gut findet. Ich hatte heute auch einen Flug, äh, nach Las Vegas gebucht für einen Kunden und, ähm, hab dann auch für ihn, weil er Merit Bonvoy Fetischist ist, er hat nämlich die American Express Bonvoy Kreditkarte, die Brilliant, hat da den Platin-Status dementsprechend, aber er macht damit, er macht immer den Titanium schon von alleine, ist dann auch jetzt dieses Jahr wahrscheinlich am, äh, Ambassador am Kratzen. Aber er hat sich gefreut, dass er jetzt in, äh, Las Vegas bei den MGM Hotels was wird. Und zwar sind jetzt alle bei Bonvoy mit beteiligt. Heißt also, das New York, New York, äh, das Grand Hotel im Casino von MGM, Signature at MGM Grand, Excalibur, Aria, Vidara, Bellagio, Park MGM, Luxor Hotel und das Mandalay Bay Resort. Das sind alles Hotels, die jetzt daran teilnehmen, die bei Merit Bonvoy mit dabei sind. Und, äh, vier werden sogar auch mit diesen, äh, Marken assoziiert, die es bei Merit eh gibt. Und zwar am, äh, laufenden Band, würde ich jetzt nicht sagen, aber doch in Hülle und Fülle. Das Bellagio wird zum Beispiel Luxury Connection, das Aria wird Autograph, das Park MGM wird Tribute Collection und das Cosmopolitan wird ein Autograph Collection, was aber noch implementiert wird. Also das heißt, das kommt. Und was gibt es sonst noch zu wissen, ähm, dass wenn diese Hotels, die MGM, äh, Collection gehen, ähm, das werden die restlichen sein. Und dann gibt es noch welche, die sind auch bei MGM und werden auch zu Bonvoy gehen, weil bei Hyatt war es ja so, dass nur Las Vegas davon war. Jetzt ist es aber so, dass MGM ja noch andere Hotels hat, wie zum Beispiel New York oder Atlantic City, um genau zu sein. Das wäre Borgata Hotel Casino wird in Atlantic City, das Burivage in Biloxi, Mississippi, das MGM Grand Detroit, natürlich, wie der Name schon sagt, das National Harbor in Oxon Hill in Maryland und in Massachusetts in Spring, also Springfield, Massachusetts, wird das MGM Springfield natürlich auch da dran teilnehmen. Was gibt es an Benefits? An Benefit gibt es 10% mehr für den Silber, für den Gold gibt es 25% mehr Bonvoy-Punkte und ein Welcome-Amenity von 500 Punkten pro Aufenthalt. Wer Platinum ist, kriegt 50% mehr Bonuspunkte, Qualifying Charges natürlich, logischerweise. Und Room Upgrade based upon Availability, macht euch da aber keine Gedanken, das wird so eher nicht passieren. Das sind ja meistens mal Buden. Die Voll sind Priority Check in Line, Welcome sind 1000 Punkte oder ein 15 Dollar FMB Credit, den ihr bekommen könnt. Dann bekommt ihr 2 Uhr nachmittags, also 14 Uhr Late Checkout, aber wichtig, Subject to Availability und das ist nur bis zum 31. Dezember 2024. Man weiß nicht, ob das verlängert wird. Wer so wie ich Titanium ist, kriegt 75% mehr Punkte. Das ist ja das, was wir eh schon kennen. Das ist ja immer so. Dann Upgrade von, es nennt sich dann Enhanced Upgrade, also das heißt, man wird dann vor den Platinums abgegränt und hat dann auch natürlich das Problem mit der Verfügbarkeit. Priority Check in Line kann man auch benutzen. Welcome sind 1000 Punkte, die 15 Dollar FMB Voucher und last but not least auch bis zum 31. Dezember 2024, diesen Late Checkout bis 2 Uhr, 14 Uhr. Wer Ambassador in Light ist, also das heißt auch den Concierge da hat oder den Ambassador, wie er da bei denen heißt, bekommt 75% mehr. Das ist genauso wie beim Titanium. Er bekommt auch Enhanced Room Upgrade, Welcome Gift 1000 Punkte oder 15 Dollar FMB. 15% aber Retail Discount, also er kriegt, wenn er im Outlet sind, 15%. Dann der Resort Fee wird auch gestrichen, bis zum 31. Dezember 2024 zumindest. Dann ein Suite Upgrade pro Jahr bis zu einem Drei-Nächte-Aufenthalt. Gilt auch bis Dezember 31. Dann Early Check-In 1 Uhr am Vortag, Late Check-In 4 Uhr, aber auch hier wieder nur nach Verfügbarkeit und auch bis zum 31. Dezember 12. reglementiert. Complementary Self-Parking heißt also, bis zum 31. Dezember 2024 bekommt man auch Parken quasi für Umme. Ist in Las Vegas bei vielen Hotels noch Umme, aber auch nicht überall leider mehr. Und man bekommt natürlich dann auch Priority Access beim Check-In und aber auch beim Essen. Auch hier wieder limitiert bis zum 31. Dezember 2024. Und damit seht ihr dann mal, was es alles gibt. Ich bin mal gespannt, was da passiert. Las Vegas ist also jetzt komplett abgeschlossen. Die anderen fünf, die ich genannt habe, die kommen jetzt noch ins Portfolio. Und es macht halt wirklich keinen Sinn, dort Punkte zu verbrennen. Nur so als Hinweis. Es sei denn, wenn die Rate wirklich richtig hoch ist. Aber meistens ist der Value immer andersrum besser bezahlt, um die Punkte zu sammeln. Und was auch ist, wenn man halt mit Bonvoy bucht, also durch Bonvoy bucht, um die Vorteile auch zu bekommen, muss man ja durch Bonvoy buchen, ist das so, die sind höher, die Preise, als bei MGM direkt. Das muss man natürlich auch wissen. Aber sonst bekommt ihr die Vorteile nicht, wenn ihr nicht direkt bei Bonvoy bucht. Und wichtig ist, trotzdem vergleichen. Manchmal lohnt es sich nicht von der Höhe her, was man da dann als Vorteil hat. Ja, damit habe ich für heute das alles wieder mit euch abgearbeitet. Fast 25 Minuten Sendung gemacht. Einmal im Stuhl auf. Wishten für euch. Die Sonntagssendung frisch gepresst. So, 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 so. Und ihr könnt natürlich, wenn ihr Fragen habt zur heutigen Sendung, immer wieder hier, oh, warte, aus dem Bild geraten, da eine WhatsApp-Nachricht schicken und vor allem auch jederzeit eure Fragen stellen. Und denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like da zu lassen. Es kostet euch alles nichts. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann eine Kanalmitgliedschaft, ab Business Class, könnt ihr auch die Sendung wie heute, schon direkt nach der Aufnahme sehen, anstatt bis 19 Uhr deutscher Zeit zu warten. Und je nachdem, wo ich bin, ist es manchmal viel früher. Und auch andere Sendungen könnt ihr früher sehen. Zum Beispiel die Mein-Mittwoch-Sendung, aber am Samstag. Die konntet ihr teilweise schon gestern sehen, wenn ihr eine Kanalmitgliedschaft, ab Business Class hattet. Also, danke dafür, dass ihr Kanal unterstützt. Macht die Glocke an, damit ihr auch immer wieder auf dem neuen Stand seid. Ich gebe euch den Abspann und ich sage einfach danke und wünsche euch einen wunderschönen Rest-Sontag. Also, bis dann. Ciao. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.